Unser Kampf gegen den Klimawandel ist ein Kampf um Energie und Macht. Um die Energie, die unsere Autos antreibt und unsere Häuser erwärmt. Und um die Macht, die die Kohleöl- und Gasindustrie über unsere Gesellschaft hat. Die Unternehmen dieser Branche sind die reichsten und mächtigsten Konzerne der Welt. Und ihr Kerngeschäft ist eine Bedrohung für uns alle. Seit Jahrzehnten korrumpieren sie unsere Regierung, plündern unseren Planeten und benutzen die Atmosphäre als offene Kloake. Die Folgen des Klimawandels treffen schon heute die Menschen am härtesten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Wir glauben an eine nachhaltige, blühende Zukunft, die geprägt ist von sozialer Gerechtigkeit und einer fairen Wirtschaft. Wir wollen die Menschen begeistern, befähigen und bewegen, die Macht wieder selbst auszuüben und eine starke globale Bewegung schaffen. Wir wollen die Kohleöl- und Gasindustrie ins Schwitzen bringen, die Politiker zum Handeln antreiben und die Klimalösungen entwickeln, die unsere Welt braucht. Wir werden uns der Macht der Kohleöl- und Gasindustrie entgegenstellen, ihr die gesellschaftliche Legitimation entziehen und ihre Projekte im Keim ersticken. Wir werden auch in Zukunft mit betroffenen Gemeinden vor Ort zusammenarbeiten. Wir werden Menschen unterstützen, die von Klimakatastrophen betroffen sind. Wir werden Investitionen in lokale Bürgerprojekte und Initiativen für erneuerbare Energien fördern. Wir werden weiterhin gezielt Druck auf Kommunen und Regierungen ausüben, Emissionen zu reduzieren. Doch dafür brauchen wir jeden von euch. Auch du kannst mitmachen, egal wo du lebst. Du kannst unsere Kampagnen online unterstützen, Klimaschutzaktionen in deiner Stadt organisieren oder dich einer Großaktion zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien anschließen. In dieser Bewegung sind alle willkommen. Gemeinsam können wir Macht und Energie neu definieren. Macht mit!